Fui Teufel, du bist doch ein Feigling, der nur Verachtung verdient. Wir springen an alle anderen, nehmt die Pause hoch, erhebt die Stimmen. Das System bezwingen wir nicht mal eben nebenher, nicht ohne Gegenwehr, hier spricht der Untergrund. Wer glaubt, das Leben wäre fair, war noch nie in einer Flüchtlingsunterkunft und da draußen pöbelt die Unvernunft. Und, dass es sowas heute noch geben kann, es kommt auf jeden an, Mann, jeder Gegen an. Jedermann, der Weg ist lang, Leben und Leben lassen nicht jeden hassen. Ihr seht, es geht, versteht es dann. Ich seh'n Aufmarsch vom Pegida. Ich seh' mir Würstchen als bei Micah so viel zweite Sieger. Macht ne Pause wie Lila, geht nach Hause und dann bleibt er lieber. Ihr macht mich krank, Mann, ich scheiß auf Fieber. Ohne diese Seuche wär's ein schönes Land. Ihr Heuchler geht im Stechschritt zum Dönerstand und du fragst dich, wer ich bin? Mr. 187 und ne motherfucking Skinship. Fui Teufel, du bist doch ein Feigling, der nur Verachtung verdient. Du bist kein Ganzhammer. Du und deinen Bekanntenkreis mit eurem Kanten schreit. Was geht ab? Was geht ab, 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 was geht ab? Wenn du dich schon schlagen musst, schlag dich auf die Seite der Verdunft. Fui Teufel, du bist doch ein Feigling, der nur Verachtung verdient. Du bist kein Ganzhammer. Du und deinen Bekanntenkreis mit eurem Kanten schreit. Was geht ab, was geht ab, was geht ab, was geht ab, was geht ab ha please. Wenn du dich schon schlagen musst, schlag dich auf die Seite der Verdunft. Untertitelung des ZDF, 2020